Hier ist Morata, schönes Ding. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Der ist drin! Für Hitter mein zu sein, ich habe so große Erwartungen, Mann. Alessandro Del Piero. Top! Jetzt ist er drin! Johnson hat die Situation sofort erkannt bei diesem schrecklichen Pass. Die Balle erobern. Das wäre uns ein. Der Spiel ist gegründet. Und ein schönes Tor. Mit wunderschöner Direktabnahme. Das Einzige, was ihn vom Saum und Bild trennt, das sind einige Zentimeter. Hier ist Alessandro Del Piero. Del Piero spielt den Ball nach rechts. Lämper. Was für ein Tor, Freunde! Das hat er ganz stark gemacht und er belohnt sich selbst mit den Toren. Damit ist er alles. Er versucht's! Kassel! Die Balle ist ein Tor! Das war's! Das war's! Ich kann mich anfangen. Ich kann mich anfangen, wenn ich das jetzt nicht in die Zeit habe. Und er ist kein Tor! Ich mache mich anfangen. Und ich würde mich anfangen.